Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist BitWalker, ihr seid beim zweiten Gameplay-Video mit dabei, Spielmodus Special Forces Rescue Team. Ein bisschen durchgewechselt, Epic Level und FIFA Fan sind nun im Rescue Team und versuchen mich aus den Fängen der Geiseln zu befreien. Ich lasse euch aber in diesem Gameplay mit dem Original-Chat ein bisschen in Ruhe, denn ihr bekommt am besten mit, was Sache ist. Um nichts zu versäumen, empfehle ich ein Abo zu klicken, einen Daumen nach hoch, wenn euch der Modus gefällt und ansonsten viel Spaß, wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten rein. Tschüss, ciao, euer BitWalker. Hier hinten glaube ich. Immer hinten rein. Mach hier immer hinten rein. Jawohl, ich bin drinnen. Oder ich gehe rauf, ja. Alles klar, keiner muss sich gut. Alles klar. Ich hoffe, der Zimmerservice ist besser als in dem letzten Gebäude. Ganz lieb, hm. Ein liebesvoller Geiselnehmer, gib mir ein Medi-Pack. Ja, warte, ich muss einmal schauen, von wo sie überhaupt kommen. Sie kommen von da, also ist von da überall scheiße. Es ist grundsätzlich scheiße. Ich schmeiß jetzt mit Medkits um mich. Das mache ich zur Selbstverteidigung. Wanns bei mir? Auf dem Kopf. Schön. Blended die. Warte, na warte, na. Ah, ich bin blind. Ah ja. Es ist voll da. Ich denke, dass es ein bisschen authentischer wird. Ist es voll da. Das ist eine taktisch gute Position für dich, weil du kannst, falls Victor flüchten, sollte ihn gleich erschießen. Ne? Das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Was du von mir denkst, Max? Verstehe ich nicht. Wie auf der Strukt, gell? Achso, ne, Victor in den hinteren Raum mit Kandel. Ja. Da, einer da. Da kann ich besser flüchten, Bastian, sehr gut. Ne, kannst du da. Er darf nicht zum Balkon raus, Kandel, ja? Bleib mal hier in der Ecke am besten. Hier so. Da um mich mit dir. Um mich. Sonst kriegst du einen Kopfschuss. Woher um mich? Also, Kandel, bleib mal hier am besten. Weil hier könnte ich die wenigstens erschießen. So, okay. Da bleib ich stehen. Und Victor in die andere Ecke. Da bleib ich stehen, Max. Und, äh, Bastian kann eh einnehmen, wenn er will. Und dann kommt er zu uns und setzt sich ins Erdgeschoss, dann rein. Ja, Bess ist, wenn er die einnehmen würde, dann braucht er nicht so weit herlaufen, oder? Ja, schießt er. Ja, dann lass, dann lass, Christian, dann nimmst du die, äh, dann nimmst du die ein. Fahm im Quad zu, die und nimm die ein und fertig, ist ja wurscht. Er hat eh ja schon halb eingenimmer gehabt, ihr seid das richtig schlimm. Ja, ist ja egal, ist doch wurscht, dass ich in den Quad da herrüben bis die anderen da sind. Eik, Kandel, spart deine Munition, spart deine Munition. Ich zwing einfach in Victor, dass er mal nicht, dass er mal nicht gibt. Gib mir Munition. Komm, gib mir Munition. Nein. Du bist der Böse, du Böse, du, weg da. Ich hau dir in die Eier. Nein, nicht, meine Eier. Weg mit dir. Seifert, kannst du alles überblicken hier? Ich schläge dich nicht ein, ich schläge was. Ich schläge die Fenster ein, ich schläge. Nein, lass die Fenster. Nein, nein, sonst schläge ich nicht ein. Ja, aber dann hört man, wenn die anderen, wenn die anderen einschießen. Ja, das hört man so, wenn sie einschießen. Ich höre das Knatschen von der Tür hier, oder was das ist. Oder die Bäume knatschen, keine Ahnung. Ich höre den Wind draußen. Wenn Fliegen fliegen, was tun dann Vögel? Lügen. Ja, ja, private. Ja, genau. Ehe in die Ecke, Gesicht zur Wand. Mann. Beine breit nach vorne beugen und einmal husten. Was ist heute eine Untersuchung? Verdacht auf Drogen. Vielleicht hat ein Sturmgewehr drin versteckt, man weiß es nicht. Ein Granat, ne? Oder ein Bier. Nein, oder eine neue Bedeutung. Ein Bier hat er. Vektor ist ruhig, das heißt, die sind ganz nahe, private. Nein, ich muss ruhig sein, er hat mich sonst geschimpft. Ja, sonst gibt es ein Maul. Ja, eben. Jetzt bleib ruhig sitzen da. Ja, pssst. Du machst mich viel nervös mit deinen tepperten Umherzucken da, wie so ein dumme Epileptiker-Spack da oben und um. Ja, leck dich hier noch, du. Du Rotz. Alter, äh, 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 Victor, Victor, sag mal, ob die mehr als 200 Meter entfernt sind oder nicht, ja. Das wäre ganz nett, weil ich habe keinen Bock, hier 30 Minuten zu warten. Hm, was soll ich das tun? Sie sind mit Fuß schießen. Oh. Private ist weg. Fuck. Aber sie haben, sie haben, sie haben gerade. Frage geantwortet, oder? Ja. Kam vom Bach, denke ich. Ah, na, zwischen, so Richtung E, zwischen die heißen durch. Ich bleib, ich bleib in der Ecke, ich hab nur beim Fenster kurz rausgeschaut, aber ich tue es nicht. Ich bin gekommen, der, der Schuss war aus Westen. Ja. Aus Westen. Und du magst einfach in die Richtung, wo ich geschaut hab, wenn man die Stimme aufhiget. Das ist aus Westen, du Ei. Ja. Ich dachte von Hofbeinungsmeister. Ich, ich, ich lieg im Aussten. Ja, Kandelbreit bist du tot, hei, hei, hei. Schaut für dich. Ach so, aus Westen, ja, aus Westen. Ja, aber, wenn, wenn ich tot bin, dann nimm dich noch mit, gell, das weißt du. Hehehehe. Nix. Einfach nur Granate gezündet. Ja. Selbstmord. Das ist ein VIP, den müssen wir töten, egal wie. Die kommen, sind auf Christian. Struhe! Sie sind bei mir, Christian. Ja, ich seh sie, da ist vielleicht einer an der Treppe hoch. Nein, noch nicht, der guckt erstmal unten rum. Sicheren Schuss, den töten. Verdammt. Alles klar, sie sind unten. Die sind drin im Haus. Jetzt geht euch den Muff, ihr Geiselnehmer. Hier wird's gerne die Muffen gehen, wenn's der Kugel im Kopf hast. Christian, wechsel deine Position. Leise. Sonst wissen sie, wo du bist. Das geht ja ein ganzes Lauf. Max, ich komme jetzt rüber. Fuck. Ja, ich wollte gerade hinten rein kriechen, aber nee. Geiler Schuss. Sie kommen hoch, Annel. Sie kommen hoch. Geiler Schuss. Ja. Sehr gut, Max. Ja. 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 Ich bin der Kick, jetzt. Hab ich selbst, will dich aber jetzt noch nicht schmeißen. Sie kommen nochmal hoch. Wenn ich sie jetzt schmeiße, dann ist sie so, wo ich bin. Doch, bei mir liegt es ernst. Hm? Schön. Pass auf Viktor auf, Kandel. Wechsel die Ecke und pass auf Viktor auf. Äh, Jungs, die spawnen beim russischen Einsatz, ne Viktor, oder bei Delta? Na, die können ja, wenn ein jemand lebt, können sie bei sich gegenseitig spawnen. Nein, wir können ja auch schon spawnen, bei Delta oder beim russischen Einsatz. Ach so, na ja, ja, im Prinzip könnte er bei, äh, äh, ähm, äh, 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 äh. Äh, Delta geht ja nicht mehr. Ok, dann brauchst du schon Einsatz. Ja. Könnte ich mit dem Quad dann vorfahren. Alles klar, zwei vor, los. Ich laufe. Nein, weißt du, da ist nur ein Quad irgendwo, ich finde es nicht. Victor, da schierst du gleich. Achso, ich dachte, ich dachte, Entschuldigung. Jo, jetzt, Alter! Du, 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 du. Fahr zu, 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 äh. Zu Delta und dann A zu A. Warum denn nicht ein F&D da schießen, wenn er da um gut geht? Was soll ich machen? Zu Delta fahren und weiter? Zu Delta und dann zu A. Alles klar. Du musst nur sagen, wenn du aufspringst ich sehe keinen Knicks nach vorne, gell? Ja, sage ich dir auch. Tatüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü aber ich kann es ihnen nicht sagen. Verbläpps, hier ist V4 zur Alpha. Warum habe ich die falsche Cluster-Farm, das ist geil. Ich spammt viele die A-Tasten und auf einmal habe ich das falsche Ding. Ich pack es ein bisschen. Private-Farm ist schon echt riesig, ey. Ja, die Map ist fast ein bisschen zu groß, gell? Ja, ich glaube, die Armored-Kill-Maps sind dafür nicht so geeignet. Warum gehst du zu D, Private? Weil da Quart steht. Okay, ich laufe trotzdem zu A. Private, du musst mich abholen, fix. Ich überwachte den Bach, wer einfach. Ich laufe auf die Straße, ich laufe auf die Straße. Hier, hier vorne, hier vorne auf das Feld, auf das Feld. Ab geht's. Wohin? Gas, 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 gas. Äh, auch nicht lang. Ich möchte, dass ihr, äh, Christian und Kandel bitte rechts rum bei A und wir gehen da auf das Bachbett lang. Da, der Christian ist beim Bachbett, ich gehe rechts um mich. Das wäre jetzt Quatsch, wenn ich rüber laufe. Okay, alles klar. Ich bin gerade bei B vorbei. Ich habe sie gesichtet. Wo? Er schießt den Versorger, er schießt den Versorger. Christian, wo? Die sind nach mir, direkt bei mir, direkt am Bach. Okay, was, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme bei A zum Bach. Da. Ja. Ja, genau, da. Sehr gut. Ah, da ist noch, da, da ist der Max, links. Ist schon der Erdbruch gebrochen? Wo, wo ist Victor, wo ist Victor? Der, der suche ich ja gerade. Der ist der Affen, der lauft, der lauft zu A und zum, zum Spawn. Es könnte sein, dass das, dass das, äh, ein Hinterhalt war, dass die halt nur, nur die Köder waren in dem Sinne. Victor, ich, ich komme hier gar nicht lang, über, über den Bach komme ich gar nicht mehr rüber. Victor ist hier rein. Scheiße. Wo ist der Victor? Ich habe ihn angeschossen. Der ist bei dieser, bei diesem Zaun da hinten. Leg dich hin, Christian, oder was? Ich kann ja nicht bei euch fahren. Ich sehe, ich sehe, ich sehe. Ich bin bei. Ah, das hat mich erwischt. Piefer. Ja. Geh bei uns. Scheiße, warte. Okay, okay, wir werden chosen. Okay, ich muss, 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 ich muss. Weil ich, weil ich kann ja gerade gespawnt, und ich hätte nicht für kann ja gespawnt. Private, könnt ihr losfahren. Laft, laft der Dings noch. Gib Gas. Äh, ein bei E absetzen, dass ich bei dem, ach so, ne, warte mal. Ja, ein bei E absetzen mit dem Quart. Hört, hält sich mir vor, wenn der mich dahinter absetzt. irgendwo bei der Straße wenn die sich da vorne verstand haben wenn ich von der hinterher aus eingreifen du gut dass sie sich das ist eng das ist eng das ist eng ist so gesagt der ausgericht der kann man bei mir vor allem weiter gibt's doch bis dahin oder noch was mit der miche nein 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 ich bin bei dir verbringt ich werde einfach nicht das wird eng meine herren fahr 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 sobald ihr über den fluss rüber seid können wir gar nicht mehr ran ich glaube es ist vorbei ich bin 130 mitte von uns am spawn ja nein dann habe ich verloren ich kann ja ohne fahren ich habe 10 sekunden zeit das sind die tüte ich bin schon der basis ich bin in der basis hey victor wenn normal sowas ist der schier sieht ich einfach wenn du gehst was ich sitz genau vor ihm und auf einmal geht er ich dachte du bist du ich dachte die haben schon einen schoss weil ich ihn nicht mehr gesehen hab ja weil ich ihn auch ohne reichen gegangen bin ja eben ich wollte einfach abelaufen weil ich dachte okay du bist weg ist es keine mehr da ist es kann ich rein ja wo hast du eigentlich eine Warnung geben ja wo hast du eigentlich eine Warnung geben oder ja kann ich ihm einfach das schießen oder muss ich irgendwie eine Warnung ausgeben oder was nein schöne Runde ja spannend war sehr spannend vor allem der schluss war Wahnsinn wo ich mich im Büsch versteckt hab boah aber bitte auch gar danke genau das was du vorrufen wolltest bei Gante was du gemacht hast wollte ich aber es war auch meine Schuldkantel mein Kantel war wirklich gar absichtlich ich hab gedacht der ist schon tot ich kann das abhauen dabei sind sie gerade da treffen wir uns bei A für ein Gruppenfoto ja mein Fehler ist die Schlohnamen Das war mein Fehler ist das Schlohnamen